heyo meine freunde und herzlich willkommen zur zweiten folge von game of thrones falls es ruckelt das ist tatsächlich das spiel ich habe oben das ist so krass ruckelt finde ich seltsam muss ich sagen aber was ist das denn jetzt das hatte ich davor nicht ein hallo ok was ist da nur los was ist da nur los ok wir haben hier einen wagen also leute für diese ruckler hier da kann ich nichts dafür warte mal ich gehe mal gucken in den einstellungen ganz kurz steuerung gameplay vielleicht unten bei grafik textur qualität niedrig hoch kanten klettung machen wir mal aus einfach nur um zu gucken ob das irgendwas bringt so weil ich das gerade ein bisschen extrem finde so ne irgendwie nicht dann liegt es am spiel also ich habe oben 60 fps aber das ist einfach das spiel war so ein bisschen ruckelt sorry dafür aber es lässt sich trotzdem was ist hier los oh mein gott sie haben seinen vater leute ist das das ist ein schwein nein Untertitelung. BR 2018 Was soll das? Oh Mann. Die haben ein Schwein getötet. Oh oh. Zieh dein Schwert. Zieh dein Schwert. Na los. Oh Mann. Was ist hier nur los? Oh oh. Pass auf. Verschwinde. Haha. Fuck you. Sag der. Genau. Ups. Aua. Greif ihn an. Na los. Na los. Oh oh. Das war jetzt nicht so gut. Finish this fucking pig farmer. Oh oh. Achtung. Aufpassen. Ja. Schnapp dir die Mistgabel. Na los. Oder die Axt. Die Axt. Nach unten. Und. Bam. Kopf gespalten. Sehr schön. Oh nein. Jetzt kommt noch der mit einem Speer. Oh oh. So. Oh Gott. Ausweichen. Na los. Huh. Und der. Bam. Jawohl. So sieht es aus. Schnapp dir das Schwert. Na los. Ah. Mein Bein. Verdammt. Oh nein. Oh. Ah. Verdammt. Schnell. Ah. Los. 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 Ypsilon. Bam. Gib es ihm. Na los. Sein Bein. Fuck. Und. Nice. Okay. Erbarmen. Bitte. Nein. Ihr habt meine Schweine gekillt. Töte ihn. Na los. Töte ihn. Töte ihn. Ja. Die haben es nicht anders verdient. Ja. Verschwindet bloß. Sonst töte ich dich ja auch noch mein Freund. Boah. Leute. Das ist Game of Thrones. Vater? Gerard. You survived. Your sister. Sie haben meine Familie getötet. Ich habe versucht, sie zu stoppen. Nein, Vater. Boah. Das gibt Rache. Das gibt Rache. Auf jeden Fall. Die Boltons. Das sind... Das sind... Das sind die Leute, die das gemacht haben. Ja. Das ist die Leute. Die Leute. Die Leute. Das war's. Das war's. Das war's. Es ist Garret. Der Kastellinn. Das war's. Der Kastellinn ist. Das hat es gewonnen. Das war's. Oh nein. Sie haben meine Familie. Und für was? Meine Freundin, sie war nur acht Jahre alt. Das hätte niemals mit den Starken in Kraft gegeben. Es ist unimaginabel, unacceptabel. Sie haben meine Schulden. Danke, Meister. Ja, es hat keine Wahl. Diese Maggots sollten sich helfen, um die Infection zu verhindern. Bleib die Wälder für mich, bitte? Was? Okay Leute, guckt weg, guckt weg. Oh Gott. Ja, wie können Sie reden? Ja, wie können Sie reden? Ja. Wie können Sie reden? Okay, es gibt einen neuen Lord. Okay, es gibt einen neuen Lord. So ist das nicht passiert. So ist das nicht passiert? So ist das nicht passiert? Das ist nicht passiert. alles wieder okay geht wieder alles war alles klar okay wir können uns jetzt hier ein bisschen umschauen was damit der stuhl des lords ok wow das hat es jetzt gebracht ja ein gut so leute also ich hoffe ihr habt die story so ein bisschen verstanden ich kann nicht immer dazwischen reden oder so weil es zerstört das feeling es haben einige auch unter der ersten folge geschrieben ich will versuchen so atmosphärisch wie möglich das rüber zu bringen das heißt auch so wenig wie möglich zu labern still in kings lande nach so post oder ob und rift da bringen ja also hier sind jetzt die ganzen art lichen vom haus forrester dass das mir oder wer davon die hier war mir und oder mayra und die ist immer in der königsmund gerade die vorsteht sie so ist ein krein zu mei tritt mir locker was er vor ist der so das ist ryan ryan never easy being a fourth born son und das ist talia und ethan und ethan ist jetzt der nachfolger von lord forrester und hier haben wir asher asher exhalte es aus und fortune und lord forrester es war ein honor zu squire vor und kriege der gut und rodrig der sohn die beiden die gestorben sind in der letzten folge war so ok erfahre auf der kodex seite mehr über die foresters mhm sie sehen die befehlungen ich habe immer gesagt dass ein worrester löser leg ich bin gut maestro tengrin schau ich zeige dir ok hier gibt es medizinische güter wir aufnehmen nehmen wir das mal mit hier diese kräuter und bandagen nehmen wir auch mit es kann ja nie schaden wenn man das mal dabei hat ne so und ein eimer anfassen und dann mit ihm hier noch reden so sprechen warum hassen die white hills uns kann ich jetzt gehen wer ist der neue lord why did the white hills hit the foresters i think it's safe to say the feeling is mutual there's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember i don't doubt someone killed someone which led to more killings of someone's and then well here we are alles klar wer ist der neue lord wer ist der neue lord of house forester why ethan of course at the citadel i swore an oath to serve whichever noble house i was assigned advising the late lord forester was an honor advising ethan his third born son is challenging there's still so much he has to learn yet the very fate and future of this house rests in his hands which is rather frightening when you think about it alles klar ok was wird aus mir what will happen to me now excellent question hmm under normal circumstances you could join sir roland and his men although given the circumstances of your circumstances it becomes a bit tricky doesn't it i suppose it will be for lord ethan to decide lord forester promoted me at the twins i i'm no longer a squire if that matters it might i suppose but i'll defer to lord ethan on this okay can i see ethan is he here he is but i'm afraid he's indisposed at the moment he prefers not to be disturbed while practicing his loot okay okay can i go now i believe your leg will be fine anytime will tell but lady forester welcome home garrett we're all relieved to know you survived thank you my lady talia asked to see you garrett i heard what happened i heard what happened is it true your family i'm so sorry me too off to bed now hurry on garrett was just telling me how valiantly lord forester fought to the end even when all was lost i'm sure lady forester would like to know he saved my life my lady yet not roderick's you were with roderick no i'm sure it was chaos and confusion but if you can remember anything i'm sorry my lady nothing could be done to save him he was house forester's best this has been so incredibly difficult for us especially the children but i was told i was told you were the last to see my husband alive yes my lady i know it may be difficult to remember but if i may ask was there anything he said had a little any last words before he passed we're lügen sie mal an said he loved you that's very kind of you to say you have the forester sword ethan should have it now that he is lord lord forester asked me to return it to the house he said this is where it belongs with his family thank you garrett of course my lady it demands a response it's too dangerous especially now now is the time to prove our strength i'll be sure it's given to ethan donkan this was our land they were our people your family i share your outrage sir roiland i do but now is not the time to provoke the white hills not with ramsey snow coming to see us bend the knee the hell with ramsey snow the bastard garrett you understand what this means you killed a bolton and ramsey snow will want his retribution we are the ones that should be demanding retribution red snow is coming here oh oh he'll arrive within the week those men will say they were keeping the peace in the name of house bolton and what would you have us do nothing i would have us use our heads while they're still attached to our shoulders garrett has lost as much as anyone else within these walls maybe you can talk some sense into your uncle garrett suffered enough already um sie verdienen den Tod die Drecksäcke all of them i say we fight listen to your nephew he speaks sense with what army our best men were killed at the twins along with our lord then what's to be done ultimately it will be for lord ethan to decide he's just a boy who can barely hold a sword he knows nothing of how to lead men he is the lord of this house and he needs our help it's bad enough the boltons would have us bend the knee and swear fealty but now this they'll accuse you of murder and us of protecting you the boy was just defending himself so hurl er mit den boltons one of their men killed my family aye you'll say it was justice they'll say it was murder it's just the excuse ramsay snow would need to put us to the torch and kill us all i'd like to see them try i'm afraid it's a risk we cannot take which is why you cannot stay cannot stay don't call me you can't send me away we have no choice where would you have the boy go the one place that's safe beyond the reach of the boltons you're sending him to the wall the boy's done nothing wrong not in the eyes of the boltons i'm afraid it's the only solution mein platz ist hier mein platz ist hier wer würde das Haus du sagst, wir brauchen Menschen, die kämpfen es wäre nichts, was wir tun können, um dich zu schützen das wäre nichts, was wir tun, um dich zu schützen das wäre, um uns alle zu bleiben das wäre, würde uns alle zu bleiben ich weiß, dass das nicht, was du willst ich weiß, dass es schwierig ist, um dich zu verstehen aber du musst über das Haus aber du musst über das Haus ich werde, was mir zu tun dann gehe ich halt, ne aber es ist, was der beste das ist, was wir tun, um dich zu schützen das ist, dann das ist, dann das ist, dann du kannst du mein horse und ich sehe, dass du viel Essen hast aber wir haben nicht viel Zeit die Whitehills kommen, um dich zu suchen Ja.